einen wunderschönen guten abend mein lieben mein name ist g aus dem crypto café ich bin euer crypto trainer und meine spezialität ist es informatives entertainment für euch zu bringen keine finanzberatung ja für alle die mein spezial video heute morgen in den frühen stunden nicht gesehen haben wir haben ja einen leichten dippen ja bei bitcoin bei ethereum auch bei sie haben sogar mehr als bei bitcoin und natürlich bei fast allen altcoins gehabt wir sehen erwerks wieder und weiter unter 100 luna sogar unter 80 solana beim support ziemlich gut guten support 145 angekommen zumindest hält aktuell der support noch und auch fast bei allen altcoins ohne das andere video noch mal komplett auseinander zu rollen guckt euch gerne an ich für links ist euch unten es geht einfach darum dass gestern zu abendstunden in usa der bericht aus der fedsitzung von amerikanische zentralbank sitzung veröffentlicht worden ist und da drin haben die mehr oder weniger zugegeben dass die inflation denen aus dem ruder läuft dass die schätzung nicht gut ist für die zukunft und dass die voraussichtlich mehr eingriff nehmen werden auf die auf die geldpolitik über zinserhöhungen oder auch tapering schnelleres tapering und dass die eine er die haben das natürlich nicht wortwörtlich gesagt aber dass der eine eine risiko für die wirtschaftliche entwicklung was so viel heißt wie mögliche rezession im hause stehen könnte durch diese maßnahmen also praktisch das worst case scenario an die wand gemalt in form von worten und darauf hin sind natürlich sowohl der aktienmarkt aber auch der krypto markt abgestürzt wo man wenn ihr euch mal diese diese bewegung hier mit den früheren bewegungen vergleicht das ist gar nichts ja aber es ist halt sehr viel angst und panik und das ist die besten zutaten für einen größeren markt bewegung und gut ist ne ich meine wenn man schon so ein worst case scenario an die wand malt dann ist es meistens auch schon da ich mal in den kursen die aktuell da sind eingepreist mehr weniger das heißt wenn tatsächlich in realität das eintritt ja was die angepreise in den berichten schon schon vorher angesagt haben da wird sich der kurs dann nicht mehr so viel bewegen und aber deswegen sage ich habe ich auch in meinem video heute morgen gesagt mein bauchgefühl sagt mir zumindest dass dieser dip die wir jetzt aktuell haben noch nicht komplett vorbei ist ja das ist noch ein stück tiefer gehen könnte aber generell sollte jeder der in crypto reingeht darauf vorbereitet sein auf einen größeren dip in beiden richtungen nach unten aber sprung nach oben auch und entsprechend auch eigenen den eigenen risiko und risiko und strategie das anpassen ja das ist so der markt wir gucken uns dann die nachrichten ja wir haben tencent tencent ist natürlich eine der größten unternehmen in china ja denen gehört dieses wechat zum beispiel das benutzt sich auch und das ist das benutzt so ziemlich jeder chinese und das ist auch praktisch eines der größten zahlungsdienstleister in china ja ich war vor sieben acht jahren dort drüben und da war das auch schon so dass we pay und alipay die zwei dominanten payment der dienstleister leister waren ja da ist ja keiner mehr draußen schon mit bargeld rumgelaufen und selbst kreditkarten nicht und alle haben mit handy gezahlt an jeder ecke wenn du in die parktiefgarage fährst zeigst einfach dein handy mit dem qr-code scannst du das bist du drin ja da funktioniert praktisch mehr oder weniger alles über das handy schon zur damaligen zeit schon und mittlerweile ja haben wir die nachricht ich meine die diese digital die chinesische digitale währung die sind ja schon seit einigen jahren am proben und wir sehen hier auch hier in 2021 bis zum ende 2021 haben die schon fast zehn milliarden in dem digital jahren als train in form von transaktion umgesetzt der die adoption es gibt auch in anderen ländern teilweise diese digital währung in eine probe phase oder schon ausgerollt aber china ist natürlich was die diese wirtschaftsmacht angeht und ist wesentlich größer als die anderen und die haben wir auch vor die haben ja angekündigt dass die zum olympischen spiel ende januar jetzt das soweit haben werden dass dort auch die digital jahren eingesetzt wird und tencent mit we pay was natürlich zu wechat gehört haben ist das integriert in ihren instant messaging app dass man praktisch in china zumindest die milliarden benutzer damit mit auch mit digital jahren um handeln also hantieren können ja und ich glaube das wird auch kein stopp mehr oder das ist so mehr weniger to big to fail nach dem motto ja sowieso schon im arm ausrollen und das wird in den nächsten jahren komplett ausgerollt sein da bin ich mir sicher ja das wird auch noch bei uns kommen ja nur vielleicht nicht so schnell wie china und aber das wird kommen so wir haben daus daus ist natürlich so ja so so und so und so schlagwort ne 21 22 diese ganzen daus olympus daus wir haben constitution daus zu unterschieden zwecken für alle denen nicht sagt daus einfach so eine kleine wie sagen wir das so eine gemeinde eine demokratische gemeinde wo alle die gleichen rechte haben nicht die gleiche aber die mitsprachrechte haben ja alle haben möglichkeit innerhalb der dauer vorschläge zu unterbreiten und am voting teilzunehmen je nachdem wieviel anteil man natürlich am dauer besitzt ja und und vor allem der größte vorteil von der dauer ist natürlich die transparenz das heißt jeder kann jeden bewegung auf der innen innerhalb der dauer voting und so weiter nachvollziehen ja und somit schließt das eben sehr viele lücken die in traditionellen unternehmen top down hierarchien existieren zum beispiel wie wie hinter der tür irgendeine verabredet und treffen und so was das kann ja jeder dann nachvollziehen ja und hier haben wir einen sehr langen artikel ich werde jetzt nicht jeden detail mit euch durchgehen aber der ist sehr gut kann ich empfehlen euch zu lesen es geht darum um die vcs die vcs sind natürlich traditionell die die großen geldgeber für krypto projekte ja ihr wisst wenn ihr auf coin market cap geht und dort unter kategorien nach größen sortiert dann seht ihr die top vcs ja und da könnt ihr auch direkt sehen wo drin die investiert sind und vcs hatten eben immer den vorteil bislang dass die bei krypto ich meine das ist halt eine symbiose aber wenn du gleich mal eine idee hast für ein krypto für eine blockchain oder was auch immer ja du fängst an da ein bisschen zu arbeiten holst dir ein paar vielleicht interessenten freunde bekannten oder leute aus der branche dazu fängst an aber ab an einem bestimmten punkt brauchst du halt kapital ja um das ganze groß aufzuziehen oder zu expandieren und da gehen normalerweise eben die die kleinen start ups zu den vcs ja zeigen was die was sie haben was deren ziel ist was die produzieren wollen und die wie sie sagen okay wir steigen ein ne und das ist dann meistens die sieht sieht round ne das heißt die vcs die kriegen immer die coins von den token von den chains ob das avalanche terra oder sonst was das sind da stecken überall vcs drin ja die kriegen halt die coins zu ultra günstigen konditionen die normaler menschen beim public sale oder beim ico nicht bekommt ja und dadurch haben die halt extrem extrem hohe rendite also gewinn der durchschnitt bei vcs investitionen glaube ich habe ich im bericht gelesen lag 2020 21 irgendwie bei über 200 prozent wenn man das mal mit dem aktienmarkt vergleichen was also ein riesen sprung ist und das sind gerade mal der durchschnitt das heißt die investieren natürlich auch nicht hundertprozentig in profitablen projekte die haben auch natürlich projekte die nicht so gut laufen ja aber es gibt natürlich auch projekte die 20 40 fach machen das ist ganz klar und dieser artikel gehen eben darum dass mittlerweile daus ja in der lage sind mit diesen 13 vcs zu konkurrieren zwar noch nicht auf einer gleichen ebene weil die vcs natürlich noch aktuell über wesentlich größere funding verfügen ja und natürlich auch die die heads der vcs das heißt diese leute sehr gut verdrahtet sind mit mit den krypto unternehmen start-ups und so weiter wo die da hingehen aber dass es langsam in der entwicklung ist ja und der vorteil bei den daus natürlich wenn ihr da ich mal als akkredierter bevor du als normaler mensch ins usa zumindest so in beinem wie sie dich beteiligen kannst oder da rein investieren kannst ja brauchst du halt so einen nachweis als akkrediert akkredierter investor ja das heißt du musst mindestens eine vermögen von über 1 million dollar haben aber das haus darf nicht mit sehen und natürlich muss mindestens pro jahr mehr als 200.000 verdienen dann kannst du dir einen nachweis als akkredierte akkrediert dieses wort accredited investor holen ja und dann darfst du wie sie es investieren das heißt normal menschen haben da keinen zugang und das ist bei einer dauer natürlich anders bei dauer kann ja jeder teilnehmen das ist der erste punkt und zweite punkt ist natürlich wenn du bei den vc einsteigst hast du nicht die informationen die natürlich die top diese dieser top-down-hierarchie was die oben an informationen reinkriegen werden natürlich nicht eins zu eins an allen investoren weitergegeben ja aber bei der dauer ist es natürlich anders das heißt die wenn die dauer in start-up oder was investiert kriegen die natürlich alle dauer mitglieder die gleichen informationen weil da entscheidet ja nicht jemand an irgendeiner stelle welche informationen wie verteilt wird sondern die informationen geht an die gesamte dau das heißt alle haben die gleichen zugang zu den informationen und das ist halt eine positive entwicklung ja aber man da also man darf es auch nicht als das gelbe vom ei sehen weil natürlich ich meine diese diese entwicklung ja von von start-ups mit den vcs das ist so ein bisschen wie eine symbiose das heißt das spielt natürlich auch leute die sich gegenseitig kennen ich meine wenn du ein andresen horowitz um die ecke kommt mit seinem vc kapital ist natürlich was anderes als eine dauer wo niemand praktisch das gesicht vom dauer sein das ist eine dauert das ist eine masse ja du weißt nicht mit wem du wirklich zu tun hast natürlich keine dauert sondern auch intern selbst nach einem repräsentanten wählen der für die dauer steht ja und zu den start-ups geht die meetings und so weiter durchführt ja aber letztendlich du hast da nicht eine der verantwortlich ist ja der praktisch dass das das vorzeig objekt oder das der namensschild für die für diese unternehmen ist das heißt und ja das ist eben wir werden sehen das ist eine sehr interessante entwicklung und das ist auch der grund weil warum ich mir überlegt habe vor ein paar wochen diese dau mit der crypto café zu machen wo wir aktuell auch noch dran arbeiten weil ich will das auf jeden fall richtig machen und nicht nur so eine art ja bei produkt ja so das ist die dauern und wie sie es wir haben ja hier ist noch mal der artikel wie immer werde ich euch unten für euch unten alles verlinken was ein akkredierter akkredierter schreiben ja wie das wort heißt auf deutsch investor wir haben pocket network pocket network ist eine infrastruktur unternehmen die stehen im web 3 ja irgendwo zwischen der block chain und zwischen entwickler ja das heißt entwickler die für web 3 entwicklungen vornehmen die wollen natürlich viele daten von dem block chain von den crypto rausholen oder lesen oder reinschreiben und da ist pocket network so eine zwischen eine so eine art middleware ja zwischen dem block chain und der traditionellen programmierung ja oder umgebung und die haben jetzt natürlich zehn millionen ich meine zehn millionen ist jetzt nicht nicht die welt aber für ein infrastrukturunternehmen was an der stelle noch nicht mal tatsächlich ein großartiges produkt zu verkaufen sondern nur eine art der middleware bietet ist schon nicht nicht wenig und man sieht da definitiv auch die entwicklung von web 3 wobei diese web 3 an sich also meiner meinung nach auch ein großer hype ist weil deshalb drei das definiert halt das 1 ist praktisch der ursprung dass der erste internet das heißt die infrastruktur ja aber auch die daten liegen allebei konzentriert und du als user kommst da hinten und genießt die infrastruktur die hardware und die software und den content von zentralisierten anbieter also web 2 ist ja dass wir aktuell so etwa haben ja das heißt die infrastruktur und die die firmen die portale ja die gehören zentralisierte instanzen youtube facebook netflix und so weiter ja aber der content den liefern zumindest die leute ja ein großteil der content das web 2.0 und web 3.0 geht halt noch ein schritt weiter die sagen ja wir wollen nicht mehr die zensur die filterung dass die große unternehmen das entscheiden wollen wir alles selbst in die hand nehmen ja das heißt mit der blockchain technologie soll das eben das vermögen ermöglichen dass sowohl content als auch infrastruktur das heißt dass alles verteilt ist bei den menschen ja guckt euch zum beispiel die serie das kann ich jedem empfehlen der sich ein bisschen für die it interessiert silicon valley an habe ich mehrmals geguckt schon ist eine gute serie die haben das so ein bisschen in der richtung angedeutet ja weil die haben auch sowas in der richtung in der serie gemacht und aber meine meinung ist dass web 3 aktuell zum jetzigen zeitpunkt tatsächlich noch ein hype ist ja der noch nicht wirklich großen bestand hat aber dass das sind auch viele projekte die da drin viel investieren ihr seht auch in meine watchliste ich habe hier eine ganze liste von projekten die in richtung web 3.0 gehen ja wo habe ich die ja hier audios ja musik web 3.0 theta network ist sowas wie netflix aber auch verteilt ja wir haben helium helium ist eine infrastruktur für datenübertragung und ja das sind definitiv unternehmen die wo ich auch sage die haben tatsächlich entwicklung hinter sich oder bringen entwicklung und haben auch eine gewisse zukunft aus meiner sicht ja also wir haben das also gut für alle die jetzt nicht hip hop fans sind oder ich meine ich bin ja ist auch kein großer nas fan der hatten die einen und anderen guten treten gehabt ja aber ja ob der jetzt also so top musik promis muss jeder für sich selbst beurteilen aber was er jetzt gemacht hast ist zumindest mit der plattform die vom blau blau ist natürlich ein dj der dj blau der hat eine plattform gegründet vor einiger zeit habe ich auch selbst roya berichtet heißt roya ja und darüber soll eben nach dieser nft technik zumindest royalties zumindest die die eigentumseigenschaft von den tracks an die käufer weitergegeben werden ja und die haben dazu und da habe ich damals auch gesagt ich finde es kritisch und problematisch auch wenn ich langfristig in der zukunft das tatsächlich als die neue version von von musik producen und musik veröffentlichung sehe weil das dann nicht mehr bei den labels liegt na ihr wisst labels kassieren halt das größte teil von den einnahmen und die künstler die würden die kriegen meistens so einen kleinen prozent ja genauso bei den streaming plattformen und das heißt irgendwann 95 vielleicht in zehn jahren werden wir eine stelle vielleicht stehen vermute ich zumindest ja dass praktisch die künstler über diese nft architektur technologie direkt sich an ihren fans an die early adopters und so weiter sich wenden können und dort praktisch sich das funding holen können ja das heißt man braucht keinen zwischenmänner mehr und so weiter ja und das ist kann man neue als mehr weniger den anbeginn von so einer bewegung sehen ja weil die verkaufen tatsächlich an der stelle nicht mehr nur die songs ja oder ein abo oder sowas sondern die verkauft tatsächlich die eigentumseigenschaft an den songs das heißt zum beispiel wenn du ein dj bist ja du willst dieses song auflegen von nas ja dann kannst du zum beispiel eine lizenz davon erwerben die haben das in unterschiedlichen lizenzstufen ja kann ich mir sehr gut vorstellen dass bei den einen du nur selber das vorspielen kannst dann beim zweiten bei der zweit höheren stufe du kannst es vielleicht weitergeben oder oder an größten und veranstaltungen das vorspielen oder oder sogar weiter verarbeiten steht nicht genau drin wie welche stufe ist aber das stelle ich mir so vor und was sie auch jetzt gemacht haben ist natürlich dieser stufe wo ich gesagt wo es kritisch ist nämlich die in der realen welt ja wie das jetzt zu handhaben ist wenn jemand copyright infringement begeht ja das heißt sondern dass den song klaut und ohne lizenz das irgendwo abspielt ja und die haben jetzt da eben ihren eigenen gesetztes text oder nicht gesetzt aber vertrag in der realen welt darauf gepackt ja mit dem zusammengebunden mit dem smart contract was auf der chain ist nämlich da steht dann drin je nachdem was laut der blockchain dieser song dem gehört ist auch entsprechend dieser vertrag der in der realen welt ist anwendbar für diese person ja ein normaler wir wissen ja ein vertrag da muss ja partei a partei b drinstehe oder sowas in der art und das ist in dem fall eben flexibel je nachdem was auf der blockchain steht und das sind die ersten schritte was ich sehr gut finde als adaption das wird vielleicht in der zukunft noch anders sein oder mehrere evolutionsstufen durchlaufen aber wir sehen hier tatsächlich eine weitere entwicklung und ja ja das war lustig über diesen artikel habe ich mich gerade noch vorhin unterhalten mit meinem alten kumpel ja der auch aus kasarstan ist der meinte ja der hat auch darüber gelesen dass da unruhe gibt und so und und dieser artikel handelt tatsächlich darüber dass diese unruhen dazu geführt hat dass der bitcoin kurs ist nach unten gegangen ist was natürlich nicht der fall ist also meine meinung nach also was da jetzt passiert ist natürlich ja man muss verstehen ich habe das auch in meinen news den letzten tagen darüber berichtet kasarstan hat sich viele chinesischen miner geholt ihr wisst im mai hat china gesagt hey alle bitcoin miner raus aus dem land ja kasar ist natürlich sehr nah dran an china und die haben dann gesagt hey wir haben hier viel überflüssigen strom kommt alle zu uns ja ihr bekommt günstigen strom zahlt wenig steuer perfekt ja und das sind viele chinesischen miner rübergegangen kasarstan haben dort aufgestellt habe gestern vorgestern habe ich noch diesen artikel berichtet wo große mining konzern mining hersteller mit kasarstan vertrag abgeschlossen hat ja um innerhalb eines jahres irgendwie keine ahnung 10 50 tausend miner also an die zu liefern an irgendwelche unternehmen dort und da habe ich mich auch gefragt warum machen die das warum machen die das ja die haben jetzt nicht mal genug strom die haben sich einfach zu viel schnee in meiner ins land geholt ja haben plötzlich gemerkt okay jetzt haben wir nicht mehr genug strom für die normalen verbraucher ja was machen wir ja wir kaufen strom aus russland ein ja das waren deren erster schritt zweiter schritt okay wir lösen diese strompreis deckel ja für energiepreise also können die energiekonzerne theoretisch nach ihren ihren preise nach oben anpassen wie die möchten ja und daraufhin haben halt die leute ist nicht rebelliert aber die sind auf die straßen gegangen haben protestiert ja dass es nicht so geht und so weiter und aber vorher auch schon hat kann das dann bei dem bitcoin miner gesagt okay wir haben nicht mehr gegen strom ihr dürft nur noch zwölf stunden am tag meinen und dadurch waren viele meiner eben nicht froh die sind da auch weit wieder weitergezogen aus der kasas dann und das hat aber jetzt nichts mit dem bitcoin kurs der nach unten gegangen ist zu tun ja die globale hash rate ist ein stück runter gegangen das sind bei 10 15 prozent ja von dem höchsten punkt ausgesehen aber das netzwerk ist ja nicht unsicherer nur weil es jetzt um zehn prozent runter gegangen ist ja ich habe anfang der sendung heute gesagt warum der kurs jetzt runter gegangen ist das spiel da eben ja es ist ihm zufällig zur gleichen zeit ja aber das wird sich definitiv auch wieder wiederholen ja weil diese unternehmen die die maschinen betreiben diesen ja nicht blöd wenn die dort nicht mehr günstig betreiben und ziehen halt die all weiter und sogar am olympus ich habe diesen diesen 3,3 millionen tatsächlich glaube vor ein paar tagen schon auf der webseite gesehen da habe ich mich noch selbst gefragt ob das neu ist ja im unify ist natürlich sehr bekannt der in crypto space für back hunting und viele namhafte plattform arbeitet schon mit denen zusammen und jetzt hat olympus dauer sich auch beschlossen auch beschlossen mit ihm im fall zusammenzuarbeiten und mit einem 3,3 millionen back hunting programm ihr wisst ich habe letztens drüber berichtet wo ich glaube auf polygon war das oder war das auch polygon ja ich glaube schon da hat jemand einen bug entdeckt im code von polygon hat den heimlich bescheid gesagt damit die insgeheim im hinterhof praktisch den bug beheben konnten und praktischen patch ausrollen konnten ja da haben viele leute die dafür kritisiert aber der punkt ist der white hacker white hat hacker praktisch ein guter hacker sozusagen ja der hat ja vom polygon dafür eine millionen oder sowas gekriegt und das sind eben gute sachen dass daran sieht man auch dass plattform ziemlich seriös sind ja oder zumindest sehr viel dafür tun dass die die sicherheit der codes weil codes sind von menschen geschrieben und das hat einfach die natur dass die fehler beinhalten ja wir sind nicht perfekt und der olympus dauer ist natürlich die größte plattform was die centralized currency angeht ja dass die das jetzt gemacht haben finde ich gut ja ja das ist das ist olympus und ich habe auch selbst gesagt ich bin selbst auch mit einer kleinen position bei olympus investiert weil ich das ist eben der og von allen daus ja im bereich die central ist wie heißt es currency und wir werden sehen wohin die sich bewegen vorletzte nachricht wir haben samsung ja letztens vor drei tagen darüber berichtet die haben wir drei fernseher in der in der pipeline die dieses jahr irgendwie rauskommen und die wo da drin nft wallets integriert sein sollten schon ja und jetzt haben die gesagt okay wir gehen jetzt die central land weil sowieso alle spielen jetzt auf auf metaverse und so weiter meine meinung habe ich auch gesagt na metaverse ist nicht so weit das ist zu viel hype dahinter aktuell aber ja haben dort ihren ersten store geöffnet und ihr könnt dort hingehen bestimmte quests erledigen und bekommen dafür NFTs oder token und damit gehabt ihr eine chance darauf bestimmte rewards oder seltenen sammelgegenstände zu bekommen das sind zum beispiel diese anziehsachen schuhen helme sowas für euren charakter im metaverse also im decentral land in dem sinne ja ist natürlich extrem aufpoliert ja ihr müsst ja nur mal google screenshot die central land ja das sieht aus wie wie computer grafik aus den 80er jahren ja das heißt die wenn der schöne die da anziehst du die wirst nicht so aussehen aber ja das ist metaverse mit samsung und eine letzte nachricht noch cryo ist tatsächlich ein unternehmen aus deutschland und die haben jetzt partnerschaft geschlossen mit erster erster es macht auch spiele ja und das sind beide die gehen in richtung metaverse ja metaverse nft nft gaming und das ist auch wo ich gesagt habe dieses jahr ist und nächstes jahr wird groß großartig sein für nfts und für gaming ja warum der sinn von diesen ganzen nft ist ja das bisher war das immer so bei den ganzen kann wieder spielen ja wenn du call of duty gespielt hast wenn du battlefield gespielt hast ja oder fortnite du hast ein in sich geschlossenes ökosystem das was du da drin kaufst na erstens hast du besitzt du die nicht wirklich weil die das nur einfach zahlen die auf dem server von den von den firmen liegen die können sie das löschen wegnehmen oder kopieren der zweite punkt ist natürlich das nur innerhalb dieses ökosystem von bedeutung du hast ja ein skin gekauft ja der ist vielleicht innerhalb von fortnite von bedeutung aber sobald du aus dem spiel raus bist ist das geld praktisch nicht du kannst damit nichts anfangen und ich denke das wird auch definitiv darauf hinauslaufen dass die mit dem zuge von diesen ganzen metaverse und nft entwicklung aber auch play to earn spiele ja dass die viel mehr auf dieser interaktion mit anderen projekten anlegen würden aus hinauslaufen würden weil warum das macht einfach sinn ja ich meine stelle euch vor ihr kauft oder gewinnt bei cryoware ja ein badge weil ihr keine ahnung irgendwelche matches gewonnen habt ja oder irgendwas da gekauft haben ja und dann könnt ihr zumal zu ertha rüber gehen und er sagt okay ja für alle spieler die bei cryoware irgendwas gekauft haben oder gewonnen haben ihr bekommt bei uns ihr könnt erstens eure sachen bei uns einlösen nicht einlösen aber wenn ihr das habt das kann man ja per smart contract programmieren das machen ja viele nft projekte wenn du das hast vom früheren projekt von uns bekommst du beim nächsten projekt von uns dass das gedroppt ja das können die spiele genauso machen du hast bei cryoware eine medaille gewonnen du hast ein skin gekauft kommt zu uns ja du kriegst einen freien sonst was gedroppt ja erstens holst du dir damit viel mehr viel schneller leute an bord von anderen spieler die bekannt sind ja zweitens diese mit diesen sachen ja die du praktisch bei denen gedroppt hast ja kannst du hast du praktischen vorteile gegenüber anderen spieler die bei den anderen spieler nicht gespielt haben aber die kannst du weil die ja eben gedroppt sind oder die werden dir günstiger verkauft kannst du damit der geld verdienen ja das ist eine einkunstmöglichkeit für die leute die zeit ins spiel investieren ja oder eigenes geld in die spiele investieren und das ist ja darum geht es ja dieses play to earn und auch nft dass man besitzt an diesen sachen hat ja und ich werde ich bin mir sicher dass zukünftig noch viel mehr andere spiele die rauskommen so eine interoperabilität oder zusammenarbeit anstreben werden weil es einfach förderlich ist für die gesamte industrie ja aber battlefield und call of duty werden definitiv nicht interoperabel sein ja das war's von heute aus dem crypto café spätnachrichten in den letzten tagen das hat einfach mit meiner arbeit zu tun ja ich bin momentan sehr sehr eingebunden eine zeitlich dass ich morgens von sechs sieben uhr bis abends sechs sieben uhr komplett frei bin von freizeit um irgendwelche videos machen deswegen kommen die nachrichten momentan etwas später aber das wird sich auch ändern vielleicht februar märz wir werden sehen ja das war's von mir aus dem crypto café tschau tschau